Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Panzer Tactics HD. Im letzten Part haben wir mit der Version Kretas begonnen, die ein bisschen seltsam aussieht als im eigentlichen, wirklichen Leben, aber naja, hier ärgern wir uns aber nicht darum, dass es nicht originalgetreu ausschaut. Ärgern wir uns eher darum, dass die feindliche Luftwaffe ein bisschen zu stark ist für mich momentan und dass ich der nicht allzu viel entgegenzusetzen habe bis jetzt, aber ich habe jetzt meine eigenen Flugzeuge aufstellen können, sage und schreibe zwei, kann ich ein bisschen was dagegen machen, wobei, wenn die schlau sind, fokusten die mich und dann sieht es ein bisschen alt aus für mich. Ich kann doch bestimmt noch meine Landeinheiten langsam aufstellen, oder? Ja, ohne Ende. Infanterie, 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 Pius, ne, die Juh nicht, Stucke auch nicht, Messerschutz auch nicht, Infanterie will ich am liebsten noch lassen, oder ich stelle sie hier drunter hin, da passiert dir nix. Infanterie ist halt so eine Sache, weil, äh, dann denkt sich eher so, uh, ist ja Infanterie da. Wobei, wenn wir mal ganz kurz nachdenken, wie stark bist du? Eher gegen gepanzerte Ziele, also kann ich die Infanterie ruhig aufstellen. Äh, Einheiten platzieren. Platzieren. Dann setzen wir hier eine Art hierhin. Äh, da eine Art hierhin. Scoutos Maximus. Drei Panzer auch da hin. Ja, was soll passieren? Jetzt habt ihr mir weggefrühstückt werden von irgendwelchen Scheiß oder so. Und den Scout kann man leider nicht aufstellen. Okay, den Panzer möchte ich eigentlich ungern verlieren, aber ich kann es nicht verhindern, weil er viel zu weit weg von der Stadt ist. Nice. Äh, ja, ich kann jetzt beide stehen lassen, theoretisch, ähnlich wie mit dem Jäger. Wobei, ich könnte ihn mal in denen beschädigen. Irgendwann etwas. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was der Feind jetzt macht, denn ich bin jetzt gerade sehr angreifbar. Okay, das ist mir jetzt ziemlich egal. Das ist mir auch ziemlich egal. Da kommt ihr gleich Verstärkung an. Die Luftwaffe interessiert mich viel mehr, was die jetzt macht. Zwei Flugzeuge, die sehr gefährlich sind. Äh, okay, er greift meine Infanterie mit seinen Jägern. Das ist dumm. Das macht nicht viel Schaden, mein Freund. Ähm, okay, das wollte ich auch nicht viel Schaden machen. Das ist blöd, aber das konnte ich verhindern. Ich meine, ich hätte wegfahren können, ja, aber... Hätte nicht viel gebracht. So. Oh Gott, Sorge, die haben hier kaum Schaden erlitten. Okay, dann ist die Frage, wie geht es jetzt richtig weiter? Ich würde sagen, die beiden Jagdmaschinen, da die nicht viel gemacht haben, lassen wir die Jagdmaschinen sein. Äh. Meinen Abfangjäger kann ich nicht da hoch bewegen? Das ist ja blöd. Du musst die beiden Plätze leider da freimachen. Äh. Äh, ja komm, gucken wir uns erstmal in die Bomber. Die Bomber müssen erstmal zur Klump geschossen werden. Ähm. Da bist du Scout. Immerhin soll irgendwo auch die Warspite sein. Und dann geht es darum, sie zu finden, einfach auszulöschen. Okay, jetzt ist so die Frage, wie verteilen wir unsere Landarmee. Was haben wir denn hier? Ein Hamba. Ja, oder ein Humba-Panzer, wie ich ihn mir gerne genannt habe. Den können wir noch aus Blitzkrieg 2, falls jetzt... Wer das IP gesehen hat. Humba zählt als Panzer. Also stets wir ihn in den Panzer in die Fresse. Oh ja. Das ist mir sowas von egal, mein Freund, weil du bist jetzt Matsche-Mam-Matsche-Matsche-Matsche-Pante. So. Scheiß Vieh, ey. Ich hasse die Dinger. So. Das macht sehr viel Aua. Dann schieben wir die Infanterie im Weg. Kann ich noch einen rein-donnern? Mit dem jedenfalls nicht. Das ist Gott, kann ich mal ran schieben. Na, einen weiter. Nichts. Das ist okay. Dann schiebe ich meine Boys ran. Was will er machen? Schreien im Kreis laufen vielleicht. Ich weiß, den sprach ich ein paar Mal öfter gesagt jetzt. Aber der ist trotzdem gut. So, du machst auf jeden Fall nix. Wunderbar. Der Panzer kommt sogar bis zum Dorf hin. Ausgezeichnet. Ein weiterer Punkt, wo wir unsere Nachschubkette etablieren können. Kommen wir zu ihm hier. Ich habe die beiden Bomber extrem gut runtergeschossen. Insofern kann ich sogar das einen Pack meiner Leute ruhig machen lassen. Ich würde sagen, die Artillerie kommt mit. Jetzt nicht übertreiben. Besser mal bis dahin. Die Infanterie stellt sich hier hin. Und ein falsches Meer kommt noch mit. Reicht das eigentlich? Ja, doch reicht. Die Gruppe geht dann hier so langsam hin. Die Truppe wird dann eh hier runtergehen. Sich dann hier gemeinsam zusammen setzen. Sich dann hier wieder trennen. Ein Teil geht hier nach Süden. Und der Teil geht nach Norden. Um so viele Punkte wie möglich rauszuziehen. Okay. Dann verschieben wir jetzt noch die Truppen nach vorne. Wobei ich habe eine Befürchtung. Du gehst besser hier hin. Nicht, dass jetzt hier irgendwo die Warp-Spite-Tank sich dann denkt. Uh. Das würde sehr viel Aura machen. Deswegen schieben wir unser Zeug mal hier vorne ran. Wobei ich überlege gerade. Den Scheiß muss ich theoretisch halten. Ich lasse die falsche Mega mal hier. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. Äh. So. Einheiten platzieren. Ein Panzer. Noch ein Scout. Und dann setzen wir die Use. Ich setze die Stuckers. Die sind ein bisschen weniger anfällig gegenüber Jagdmaschinen. Äh. Halt. Das war ein Fehler. Darf ich es rückgängig machen? Speicher Neustart. Ne. Ich darf es nicht rückgängig machen. Das ist zum ersten Mal dieses schöne Menü. Okay. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich noch eine Jagdmaschine rausholen. Hat nicht ganz geklappt. Äh. Nächste Runde. Kann ich mir machen. Das ist mir noch egal. Aber es ist nicht wirklich weh tut. Guck mal, was die Jagdmaschine... Die Jagdmaschine macht mich extremst nervös. Ich meine, die Bombe habe ich zum Scheiden gemacht schon mal. Ah, jetzt machen wir mal was Sinnvolles. Gut. Und die Stuck haben sie mir angeknabbert. Ja, das dachte ich mir. Irgendwo dringend so eine Scheiße rum. Aber gut, wir wissen, er ist nicht weit weg. Ähm. Der muss relativ nah sein dafür. Ja? Ist ein Unzerstörer. Aber der sieht mich nicht. Na gut, wenn es ein Schlachtschiff wäre, hätte ich deutlich mehr Schaden erlitten. Aber trotzdem, wir brauchen so einen Scheiß nicht. Der macht nämlich viel zu viel Damage. Ciao. Gut. Kümmern wir uns noch um die Jagdmaschine. Der verpisst sich. Das können wir sogar theoretisch zulassen. Du bist viel wichtiger. Vorhin hat das so viel Damage an meinen Boys immer noch. Aber egal, wir kriegen einen raus. Okay. So, wie macht es mir auch mal weiter? Gegen Schiffe bist du auch zu gebrauchen, also gehst du mal hier hoch. Und den kann ich irgendwie nicht richtig einsetzen da. Ich habe mich keinen Lust, ein Stücker zu verlieren, nur weil ich ihn nicht einsetzen kann. Ja, das ist halt eine blöde Mission, Greta. Dass der Feind sich hier schön an mir rumparkt, ohne dass er was dagegen machen kann, wirklich. Das ist ein bisschen fies. So, hier mal gucken. Bistowin ist nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal gucken. Gut, ich bin nicht weitergegangen. Eine kleine Pack. Eine Infanterie. Hm? Ja. Pack und Infanterie. 2 zu 5. Du bleibst aber trotzdem da stehen, weil ich nicht weiß, ob hier vielleicht eine Arturie rumhängt. Kann ja sein. Who knows? Und die Panzer bleiben mal ein anderes Reichweite. Nächsten Zugüber renne ich den Feind. Und dann wird schön drauf außerhalb der Reichweite verpackt bleiben. Dass da ja nichts passiert. Okay. Jetzt geht es darum, was wir mit Luftwaffentechnik. Jetzt erst einmal will ich unbedingt meinen blöden letzten Messerschmitt mal ranholen. War nicht verkehrt, wenn wir in Milch auch mal bessere Flieger bekommen würden. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit meinem Bois. Wir haben noch eine Hurricane, die hier rumeiert. Die ist ziemliches Aids für meine Stuka. Und die ich da nicht reparieren kann, wohlgemerkt. Das heißt, ich könnte meine Stuka theoretisch rausschicken. Irgendwohin. Hoffentlich sieht er die da nicht. Dann haben wir meine Yu. Die Yu ist aber gar nicht mal so schlimm. Die kann hier vorne hin. Um Platz zu machen. Dann haben wir noch die letzten beiden Einheiten, die ich da platzieren möchte. So, einmal will ich mal eines hier. Mal gucken, was die Jagdmaschine macht. Wenn wir die weg haben, dann haben wir eigentlich die Luftwaffentechnik. Eigentlich. Das ist interessant, was er ist. Da habe ich noch viel Platz ab. Der ebenfalls. Sein Kumpel eigentlich auch. Du machst sowas Interessantes. Na, okay. Und du machst Bullshit. Naja, schön. Ich muss nicht die Alleinheiten das Richtige machen, lieber. Gut. Trotzdem brauche ich mal einen Flugplatz, damit ich meine Beuße mal reparieren kann. Oder ich kann es schon längst, aber ich merke es nicht so richtig. Sehen wir gleich mal. So, erstmal kann ich safe sein, was meine Jagdmaschine angeht. Ich würde fast schon sagen, wie kann ich auch noch eine vierte Jagdmaschine gut gebrauchen. So, wir gehen weiter gucken. Da ist nix. Wir gehen ein bisschen weiter nach Norden gucken. Da ist gar nix. Okay. Das heißt, hier brauche ich auch keinen Schiss zu haben, dass ich von irgendwas überrascht werde auf sie. Da ist einfach gar nichts. Das ist natürlich schon mal sehr gut. So, Scouty McScout brauche ich. Der geht hier vorne hin. Nichts. Okay. Nichts ist gut, dann überrennen wir sie. Hier vorne habe ich noch den ersten richtigen Flugplatz, den ich auch gut gebrauchen kann. Hm. Letternidim effect. Hallo. Time to penetrate, mein Freund. Okay. 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 Hm, der kommt mit, würde ich sagen. Na, warte mal. Wenn sich die Jungs hier durchbewegen, kannst du sicherlich weiterfahren. Genau. Huch. Gut. Dann möchte ich die Juscan in Position haben. Wobei, halt mal ganz kurz. Ich muss noch nach Süden abdrehen. Stimmt ja. Nicht nach Norden, nach Süden. Ich könnte auch hier einfach geradeaus gehen. Könnte man auch machen. Das ist zwar keine Straße, das heißt, hier bin ich ein bisschen langsamer, aber ich könnte einfach durchziehen. Und vielleicht ein paar Kräfte nach Süden ziehen, weil ich hab ja ordentlich etwas. Du gehst mal direkt hier vorne hin und zeig mal, ob ich hier wirklich reparieren kann. Das wäre echt scheiße. Achso, hier sind wir auch noch dran. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht so genau, woher die andere Infanterie da gekommen ist. Das ist ein falscher Mega, oder? Ne, es sind Pioniere und normalen Infanteristen. Okay. Der bleibt da als, naja, Verteidigung gegen irgendwas Überraschendes. Oh, dann hat er seine Luftflotte. Ich muss Margetan besuchen. Ja, das tut trotzdem ein bisschen weh. Nicht viel, aber ein bisschen. Und irgendwie hab ich ja nicht mehr so viel Zeit, um die Ziele zu erreichen, fällt mir gerade ein. Ich muss meine Truppen jetzt so aufteilen. Ein Teil hier nach oben, ein Teil nach oben. Hab sonst keine Zeit auf drei Sterne. Und diese Schatz-Warspied hab ich nebenbei immer noch nicht gefunden. Die eiert auch irgendwo in der Ecke rum. In der Ecke der Welt. Wer weiß, wo das auch immer ist. In zwei Runden soll ich das Gebiet da oben haben. Bei der Chor. Und da ist auch kein Nachschub mehr an der Rückwand. Das ist gut, dann haben wir das Ding auf jeden Fall sicher. Suchen wir die Warspied mal weiter. Nichts. Es kann natürlich sein, dass der Feind ganz cocky ist. Und die Warspied hier in Richtung abgedreht hat. Das wäre extrem fies, wenn er das machen würde. Ich komme da aber auch gar nicht hin, fällt mir gerade ein. Mit dem Panzer würde ich hinkommen. Kannst du scouten vielleicht? Ja, kannst du... Ui, was haben wir denn da so Schönes? Was ganz Fieses, ja? So, huch. Wie viel Schaden würde ich machen, wenn ich da volle YOLO reingehe? 5 zu 3. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu heftig. Ja, das dachte ich mir schon fast. Natürlich ist er Matilda 2-Panzer. Das tut weh. Hinterhalb geraten und angriffen werden, tut immer weh. Aber der Matilda sollte nicht in der Lage sein, mich zu killen. Äh, Matilda ausgerechnet auch noch. Und ich habe natürlich keinen Stucker in der Nähe. Wie soll es doch anders sein, oder? Ich habe nur YOLO 80er in der Nähe. Aber doch, eine Stucker habe ich in der Nähe. Die da. Nee, halt. Das ist ein Feind. Huch. Wo ist der andere Stucker hin? Ach so. Stimmt ja. Da oben. Äh... Killst du den jetzt? Ja. Ach, Schnauzel unten. Finde ich übrigens den ganzen Support in der Art. Und kloppen trotzdem drauf. Macht zwar wenig Schaden, aber ey. Etwas ist etwas. Okay. Ich habe jetzt zum Glück zwei Scouts. Ich hätte eigentlich den Scout einschicken können. Fällt mir gerade ein, ne? Ein bisschen sinnvoller gewesen. Naja. So, wieder eine feindliche Flak. Können eigentlich ein bisschen YOLO gehen. Oh, okay. Ein bisschen schlimm, der macht nicht viel Schaden. Und trotzdem habe ich eine Menge kassiert. Zwei zu zwei. Nee. Gut, wie ich es gemacht habe. Ich spule die Artillerie ran. Die brauchen wir dafür jetzt. Einmal Infanterie. Zweimal Infanterie. Und hier kommt der andere hin. Damit habe ich, glaube ich, so ziemlich alles gezogen. Ich hoffe einfach, dass hier fast nichts mehr ist. Wenn nicht, ich habe ohne Lichtluftwaffe hier. Und hier habe ich auch nicht, äh... Das sollte eigentlich schon hinhauen. Hoffe ich zumindest. Panzer verlieren wir jetzt sehr scheiße. Gut, der haut den Mensch auf die Artillerie. Oh. Auf einen runtergeballert. Holy shit, ist die Artillerie gefährlich. Äh. Abjür, Panzer. Ja. Ja, das war ein bisschen... War ein bisschen scheiße von mir. Der Verlust hätte nicht sein müssen. Das überliebt ja. Kann man nicht vorstellen, dass der Artillerie sechs Schaden macht. Ja. Und dann erklärt mir mal, wie ich das verhindern soll. Und dieses Wumms hat sich sehr wie ein Schlachtschiff angehört. Ja. Abends, hat der echt den scheiß Wurstbeiter nach Süden geschickt? Ich würde ja heulen, wenn ja... Ey, noch neiner hat verloren. Fünf Schaden gemacht? Hör auf zu lügen, Alter. Ne, das war echt scheiße. Bin mir überlegen, ob ich das neu laden will. Weil mit der Schlachtschiff habe ich mich jetzt extremst überrascht. Hat mich mal eben so eine gesamte Artillerie gekostet. Tust doch hier immer wieder speichern, oder? Laden. Automatisch. Ne, nur 7.13. Das ist nicht der Aktuelle. Er tut nicht jede Runde speichern. Das ist ja immer richtig blöd. Oh, da ist auch nicht Bullshit. Das mag mir überhaupt nicht gefallen, was hier gerade ist. Die Verluste sind jetzt hoch gewesen. Die drei Sterne sind extremst in Gefahr. Und hier unten hängt das Schlachtschiff rum. Das hat echt von Runde 1 an, von hier oben. Komplett hier runtergeschickt und hier rumzueiern. Das ist ein richtiger Dick-Move einfach nur. Ja, mit einer Artillerie-Mumpel mache ich nichts. Vor allem, wenn der Schlachtschiff hier rum eiert und ich weiß, was das für eine Reichweite hat. Ja, natürlich sehr witzig. Ne. Das wird so nix. Das ist mir zu blöd. Sorry, aber... Das lade ich nochmal neu. Ich weiß, das ist ja nach Safe-State und so. Aber... Ja, das mache ich trotzdem. Ich weiß jetzt, dass die Warspilot hier nach unten geht. Ja, ist halt schon zu wissen, weil ich gehe ja kleinschrittlich mit meinen ganzen Fliegern vor. Bin ein bisschen verschwenderisch und so. Nehmt es mir bitte, äh... Nichts, wie ich will. Dass ich jetzt das mache. Nur, weil ich jetzt ein bisschen... Naja, nicht vom Spielgame verarscht werden will. Juhu, ich mache mal das und das. Ich habe Spaß damit. Arschloch. So, platzieren bleibt ja so wie gehabt. Machen konnten wir eh nichts, haben wir gesagt. Wenn wir ausnahmen, die wir ein bisschen an hatten. Die haben alle gezogen. Das haben wir jetzt gemacht. Genau. Feind sollte so, wie es hieß, das gleiche nochmal machen. Und dann wissen wir eben immerhin, was der Feind genau vorhat. Genau, er macht ironischerweise so einen komischen Krams, wie meine Landeinheiten angreifen. Das hat er im letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht. Wobei, doch hat er gemacht. Er hat gut gegen Panzer, war das, ne? Genau, das war der Witz. Das war der Witz. Er hat gut gegen Panzer gewesen. Okay. Ja, muss ich ja. So. Genau, den habe ich damals auf einen runtergeschossen. Ganz nicht. Schade. Hm. Ach, der ist doch, der ist doch gar nicht in... Ach so. Ich wollte gerade sagen, der ist doch in der Stadt. Ich bin doch gar nicht hingegangen. Aber der ist außerhalb der Stadt. Wieso muss ich dir hier nicht? Na, okay. Na. Weg mit dem Bobo. Ich muss ein bisschen Zeit sparen, weil Zeit ist irgendwie knapp hier in dieser... in dieser tollen Mission. Ob die toll ist, war sie jetzt nicht so genau, eher weniger. Na gut, er ist ja kein Feind, der in der Nähe ist. Das heißt, ich hatte euch vielleicht trotzdem. Hier war ein Zerstörer. Den könnte ich mir eigentlich noch holen. Und die Urswelle ist komplett nach unten gegangen. Na super. Gut, Zerstörer ist noch nicht angekommen. Scouts. Oh, keine Zerstörer waren. Wunderbar. Dann war das Safe. Bis dahin. Du kommst mit. Aber die sind nämlich der richtigen Infanterie mit. Oh, das reicht. Oh boy, er hier, ne? Das ist glaube ich am besten. Einer für den Trust Hurricanes, den man weg ist. Dann greifen wir ihn an. Dass der keinen Schaden mehr macht. Und... Diesmal stellen wir auch die Mäh richtig auf. Noch einen Panzer, noch einen Scout. Und keine Bomber. Ja, keine Bomber. Sonst greift er mir direkt wieder an und naja, dann hole ich wieder rum. Ja, das ist so unfair. Er ist manchmal echt unfair, was der Freund mit einem macht. Aber... So sind halt die Games manchmal. Man muss halt Mittelwege finden, drumherum zu gehen. Und wenn es mir zu blöd ist, dann ist es mir einfach zu blöd. Okay, den ersten Jägert hat er verscheuert. Den zweiten verscheuert er richtig cool. Da ist der Störer. Der greift ein Panzer an. Au. Schön brav aus, halb der Sichtweite bleiben, damit ich ihn ja wegneuben kann. Hm, da sieht er mich. Aber da nicht. Okay, dann ist er jetzt eigentlich mal nicht von der Marinebomber nutzlos. Okay. Das heißt, hier haben wir jetzt Spaß. Wir haben zwei angehackte Jagdmaschinen und einen Bomber, dem er auf die Eier geht. Jetzt sagen, ich kann mich... Ich werde so sagen, was wir machen sollen. Einerseits wäre es schon cool, sich um die Bomber zu kümmern, dass sie ihn einfach mal für die Fresse halten. Ich könnte aber auch viel, viel einfacher vorangehen. Und... Äh, wo war ich gerade? Habe ich gesagt, ich wollte den Bomber erledigen? Die Jagdmaschinen könnte ich rausnehmen. Oder habe ich zu wenig AP, wahrscheinlich den Bomber wegzubekommen, damit ich weiter nerven kann. Wobei ich sehe gerade, der Bomber nervt gar nicht richtig, weil er eh nur, äh... ...auf Panzer gut ist. Stimmt, der war ja wieder was. Also kann man ruhig auf die Jagdmaschinen gehen. Äh, ich würde sagen, auf den Stalker hier. Weil dann kriege ich ihn aus dem Verkehr. Und kann mit ihm hier den einen Bomber holen. Und was weg ist, kommt nicht mehr wieder. So, Scout, obwohl ich hier schon genau weiß, was da ist. Aber halt, Scout geht hier hin. Der eigentliche Scout ist ja hier vorne. Genau, da waren die Boys. Da kommen wir ein bisschen aggressiver, aber so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Vor allem, weil ich es mir hier erlauben kann, aggressiver zu gehen. Mit meinen Unterstützungsformern muss ich noch ne Runde warten, leider. Du machst gegen Infanterien dazu nichts. Ja, die kommen natürlich nicht ran. Na gut. Die Fallstimmungen können eigentlich hier mitlaufen. Oder ne halt, ich hab eine bessere Idee. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Ja, das machen wir. Wir werden die Fallstimmungen gar anders einsetzen. Die werden wir wieder in ihre Flugzeuge setzen. Gucken, was es bringt. Aber jetzt muss ich die Luft vor Ort haben. Da ist meine Einjagdmaschine im Weg. Ich überlege gerade. An sich, ich habe hier noch vier Einheiten, die ich setzen kann, ne? Ja. Platzieren wir mal die schlechteste Stuka, die ich habe. Damit ich es so in den ganzen Rest setzen kann. Gucken, ob die Abmachin hier drauf geht. Okay. Nö. Ich möchte hier den Anreißen. Das war okay. Du machst Bullshit. Das ist okay. Nur drei. Du machst vier. Halt mal kurz, wie viel macht der Zweier? Natürlich macht er nur eins zu eins. Am liebsten würde ich ihn jetzt zur Reparatur schicken, aber es geht nicht so einfach. So, wichtig ist, wir müssen die Warsprat holen. So, du musst leider Platz machen, denn ich möchte gerne meine anderen drei Bomber platzieren. Eins, zwei und drei. So, hier haben wir den Penner. Guck'n, ob ich ihn rauslocken kann. Achso, ja, stimmt, die Infanterie können wir eigentlich mal in die Flugzeuge setzen, wenn das geht. Was aber nicht geht. Hm, da geh' ich unten hin. Oder nee, besser. Besser. Hier vorne hin. Oh, ich überziehe voller Kanne. Sorry dafür. Ja, hier vorzentriert, als ich in die Uhr geguckt habe. Wir sind zum nächsten Part wieder, wenn wir die Mission Kreta wahrscheinlich zu Ende bringen. Ich weiß diesmal, was passiert. Das heißt, das Schlachtschiff fange ich vorher ab. Hier gehe ich ein bisschen vorsichtiger vor, genau wie hier. Und dann kriegen wir es schon hin. Bis dann, ciao.